Mit Humor und Musik entdecken Klara und Daniel gemeinsam mit Herrn Karl wieder die schönsten Plätze des Landes. Dieses Mal sind die drei im wunderschönen Weingebiet Klöch in der Südsteiermark und erleben eine aufregende Zeit rund um den Traminerweg. Diesen Sonntag ab 20.15 Uhr nur auf Volkstv. Sehen wir uns schon.